Was war denn das für ein Sound? Was war das für ein Sound gerade, Leute? Hast du beide? Nein. Okay. Du brauchst Healung? Er ist auf mich, auf mich? Er war gut, gut. Oh shit, oh shit, da ist ein Shotgun, ah, komm. Man hört halt schon, dass das Gie breiter ist, weil der einfach so dicke Schritte macht. Very low. One more market. Um, um, my fault, I think. Oh, wieso pusht der denn vorne zu heilen, Mann? Na, hat er dir geschmeckt? Schmeckt er das? Komm in Zeit, komm in Zeit. ... ... ... ... Ja, ja, ich höre ihn. Er ist ein Schuss, ein Schuss. Wenn wir die RAF-Stationen pushen, kommen die anderen von hinten an. 100 Bogen. Wir können das pushen. Läuft! Nein, wieso muss ich jetzt nachladen? Reloading. Nice, nice, nice. Can you close doors, close doors? Oh my god. Mein Dings ist nicht ready. Okay. Heilige Scheiße, Mann! Alter Schwede, wie knapp das gerade wieder war. Ey, ich bin so glücklich, dass ich hier das goldene Heilschild habe, ne? Einen goldenen Rucksack. Help me, help me. I'm coming to you. He's pushing behind me. You're in their sights. Maybe he pushes through the portal. No shield, no shield. No shield. One more, one more. I'm killing you. Run first. He's low, he's low. Got him, got him. You can res him? Can you res him? Ah, hier auf der Seite komme ich nicht runter. Enemies, enemies, close on me. Ich liebe dieses Portal. Schon mal gesagt. Schon mal gesagt. Durch das Portal konnte er nicht durch die Tür durchgehen. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, der wurde richtig reingebaitet, der Typ. Oh, der wurde richtig reingebaitet, der Typ. Watch out, watch out. Push mark it, push mark it. Okay. Try to evade them. Possible? Possible? I got it! Possible? Possible? Oh, man. Maybe we can push them? There's one, two on the ship. Arcstar out. Trowing thermite. Possible? Possible? Nails sind böse Mal kurz auf hier Von der Seite noch welche kommen Alter diese Runden gehen heute ab Ich spiel halt einfach nur mit Randoms Das ist so heftig Das ist so krass Ja, ich denke sie sahen I think I hit one Yeah, he's bottom, bottom One knocked Nice Nice One squad Let's get back to our old position fast so they don't push us Let's see if this is a squad I think it will be an individual I have a portal for you Coco if you need it If you want to get back or you want to push Okay I got ult ready so be careful Yep Is it just one person or He's low I think it's just one No it's two He's low Ah, die haben es. One more left, right? Yep. Oh, wie wir alle Wingman einfach spielen, ne? GG's. GG's! Krasse Runde. Sehr krasses Ding. Wie ging das Phoenix Kid so fix durch? Das ist der Rucksack. Der Rucksack macht das. Nice, ey. Guck mal, die haben auch gut Damage gehauen. Die haben fast 30 Kids. Wow, shit. Toh, die jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. Bis zum nächsten Mal.